Probable another one of Shockwave's tests. Ja, probably. Und weiter geht's. Wir spielen gerade einen normalen Decepticon. Wann hat man sowas schon mal gemacht? Das ist cool. Hey, du. Okay, okay. Die haben da gerade vorher noch Transformers geguckt auf diesen kleinen Bildschirm. Oder irgendwas anderes. Hey, du. Ich liebe diese neue Scania-Systeme. Okay, okay. Der Dwarf ist... So, jetzt folgen wir den Decepticon. Let's get that fixed. Memory cores are fried. Need to find some new ones. Shine your light over here. My optics are fuzzy. Okay. I thought I saw someone down here. Ah, das ist nicht. Der Server ist einfach vor. Okay. Hey, du hörst über Starscream? Ha! Der Idiot hat endlich bekommen was mit ihm. Was? Wer ist da? Wer ist da? Hey! Hey! What are you doing here? Hey! I think this is where all the idiots hang out. Hey! You look angry. We were just joking around. Hey! I'd be angry too if Megatron made a fool of me. Ja, natürlich. Not that you're a fool of course. I... I'm a fool. Oh! Ja, klar. Das dachte ich mir. So... What are you gonna do? I don't know. Maybe. Please say something. Yeah, okay. Maybe I'll say something. I'm sorry. There! I said it! Hm... Ich weiß nicht, ob das reicht. Ah, I feel better. Ach ja? Ich nicht. You know, I think we're both mature enough to move past this, don't you? Sind wir das? You got nothing to say? After all that? Hm... Ich bin gern ruhig. It's just a simple misunderstanding. Is it that? Look, if you want an apology, you got it! Hast du doch schon. Ha! Mach jetzt heul doch nicht. Okay, wir werden jetzt. Then... According to these datalogs, Shockwave's latest experiment is in the central tower. I can access it through the rear maintenance shaft. The next time he threw the day he made a fool of me. Hm, natürlich. I can keep his precious army. I will build one of my own. What are you waiting for? Move! Oh... Wieso unbedingt der Stray Blaster? Ich hasse diese Waffe. Es ist der? Kein. Wieso奄 Resident現在 ist der? Wieso auf der nicht? Wieso? Oh, du? Ich hab deine als Keystore. Aber hier. Oh, ich hab deine Lizard. Ich hab deine Konfl один. Okay, wir sind die 26-Decke. Das ist ja. Okay, wir haben einen Scheiss. Oh, du kennst ihn. ich werde sie finden der Netzen hat es in der Wienbank ich will erstmal diese Chiefments zu suchen das ist das was ich denke das es ist Ja, das ist dein Zaystex! Zurück, um deinen alten Ruhm zurückzuerlangen. Jetzt haben wir unsere tolle Krone. Wir sind Starscream. Oh ja. Was haben wir denn hier? Ui. Interessant, aber wir brauchen den Nenat schon. Habe, dass der Starscream scheiße schwach ist. Ja okay, er ist nicht scheiße schwach. Das stimmt nicht. Kann man hier gar nicht rein? Scheinbar nicht. Okay. Ja. Ja. Das ist echt so dumm. Ja. Ich bin auch täuscht. Ich glaube, der hat mehr groß. Ja. Ihr könnt mich nicht sehen. Okay, ihr könnt mich sehen. Ja. Wo ist der große Mann jetzt denn? Da kommt er ja. Hallo. Wo ist sie denn? Bis zum nächsten Mal. Schnauher. Schnauher. Ich bin noch nicht. Schnauher. Ich bin noch nicht. Oh, ich bin noch nicht. Das war's für heute. Und jetzt können wir uns endlich ausrüsten. Den Corruptor behalte ich mal. Retro Blaster. Elektro Bolzen. Wir nehmen jetzt mal den Elektro Bolzenwerfer. Und platzend hier eine Bombe. Not so good. Das hat er vielleicht? Oh nein. Wenn er vielleicht... Ah nein. You know what? Die Waffe ist nett, ich mach die Waffe irgendwie Wow, der war nice Thank you Bring me that down Down on ground Ja. Das war ja anders geplant, aber okay. Los, alles kaputt machen! So, Bumble legen und los geht's. Ich liebe es zu fliegen. Mach die Körner zu mir, diese Geschützste. Oder dieses kleine zumindest. Ich verstehe jetzt halt Shotwaves Dinge. Wie kannst du es verwagen? Ich kann sie nicht sehen. Wo war das? Hier war doch gerade noch ein Teil. Oder auch nicht. Ich bin gar nicht da, ihr habt mich nie gesehen. Warten jetzt. Ich habe eine gewisse Schärfne. Ich habe ein Schärfne. Wenn ihr placeboist hat, gibt's ein Schärfne. Das αποfüßt euch schon. Ja, du bist so schlecht. Das schärf. Ihr seid voll. Das schärf ist echt nicht, ey.